Hallo zusammen und herzlich willkommen in der Klima-Helden-Schmiede. Ich bin Johannes und ich zeige euch heute den Bereich Kunden gewinnen. Wir haben für euch einige Tools und Services, die gezielt eure Kundengewinnung und Kundenbindung unterstützen. Wir starten zuerst mit dem Lead-Management-Tool, auch digitale Kundenanfragen genannt. Was machen wir damit? Wir liefern euch damit kostenfrei Endkundenanfragen. Wie das Ganze abläuft, zeige ich euch jetzt. Als Hersteller haben wir sehr viele Endkundeninteressenten auf unserer Webseite. Die Endkunden haben bei Interesse die Möglichkeit, direkt eine Anfrage zu stellen für ein neues Heizungssystem. Das Ganze läuft über den sogenannten Heizungsrechner. Hier gibt der Endkunde verschiedene Punkte für seine Anfrage an und wird durch spezielle Fragen durch den Rechner durchgeleitet. Beispielsweise, was ist der Grund für die Anfrage? Neubau, Heizung, Defekt, Modernisierung. Um welchen Gebäudetyp handelt es sich? Beispielsweise, wann wurde das Gebäude erbaut? Wie viele Personen leben im Haushalt? Wie ist der Verbrauch? Es werden noch viele weitere Fragen kommen, die relevant sind für die Anfrage. Anschließend lädt der Endkunde selbst auch Bilder hoch vom Keller, beziehungsweise dort, wo das alte Heizungssystem aufgestellt ist oder beim Neubau, wo es hin soll. Er gibt seine Kontaktdaten an und dann wird diese Anfrage an die nächstgelegenen Installateure um die Adresse des Endkunden herum zugesandt. Im Partnerportal sieht es wie folgt aus. Die Anfragen kommen über Service in den Bereich Kundenanfragen und dort sehe ich anschließend, welche Kundenanfragen wurden mir zugesendet. Und ich kann hier entsprechend eine Anfrage auch annehmen und habe auch weiterführende Informationen zu dieser Anfrage unter Details. Ich kann direkt Feedback geben, wie ist gerade der aktuelle Status meiner Bearbeitung der Anfrage. Habe ich den Kunden kontaktiert? Habe ich bereits schon verkauft? Habe ich kein Angebot geschickt? Ich kann direkt Produkte registrieren oder auch über das Partnerportal ein Angebot direkt an den Endkunden verschicken. Wenn wir uns das Leadmanagement-Tool angeschaut haben, kommen wir jetzt zum Marketing-Service. Der Marketing-Service ist im Endeffekt die Unterstützung in werblichen Maßnahmen für euch. Wir bieten einige Möglichkeiten, Dokumente zu erstellen, beispielsweise Anzeigen oder auch passende Bilder, wie Produktbilder oder Lifestyle-Bilder herunterzuladen und diese dann für werbliche Zwecke zu nutzen. Ein kleiner Hinweis, der Marketing-Service wird aktuell überarbeitet, um ein noch besseres Erlebnis bzw. Angebot für euch liefern zu können. Schauen wir uns aber an, was wir aktuell zu bieten haben. Im Bereich Dokumente und Downloads findet ihr verschiedene Kacheln, die ihr nutzen könnt im Rahmen des Marketing-Service. Beispielsweise die Angebotsbeileger oder auch die editierbaren Angebotsbeileger, die ich für euch kurz öffne. Dort könnt ihr Angebotsbeileger herunterladen und direkt euer Logo, eure Firmenadresse und euren Firmennamen mit hinterlegen, sodass der Angebotsbeileger von euch gebrandet ist. Zudem bieten wir euch auch Anzeigen, editierbare. Hier seht ihr das Portfolio an verschiedenen editierbaren Anzeigen, wo ihr auch euer Logo und eure Kontaktdaten eintragen könnt. Wir haben verschiedene Motive und auch verschiedene Werbeaussagen für euch zur Verfügung gestellt. Ihr könnt zudem unsere Bilddatenbank jederzeit aufrufen, indem ihr im Partnerportal auf Bilddatenbank klickt. Und dort könnt ihr unter verschiedenen Kategorien die passende Kategorie für euch auswählen. Beispielsweise Heizung, Wärmepumpen, Wasserregelung etc. Wir haben für jegliches Produkt bzw. für jegliche Produktsparte verschiedenes hochwertiges Bildmaterial für euch zur Verfügung gestellt. Dieses Bildmaterial könnt ihr auch für eure eigenen Werbeanzeigen nutzen. Ja, kommen wir zum Telefon-Service. Wie der Name schon sagt, bietet der Telefon-Service die ideale telefonische Erreichbarkeit. Wie funktioniert das Ganze? Wir haben einen externen Dienstleister, der für euch die Anrufe annimmt, wenn ihr gerade auf der Baustelle seid. Sprich, wenn ihr niemanden habt, der im Büro unterstützend Anrufe annehmen kann und ihr auch den Kunden trotzdem volle Erreichbarkeit gewährleisten möchtet für ihre Themen, dann ist das der richtige Service für euch. Vorteil, ihr seid erreichbar. Ihr habt die Prio auf euer Kerngeschäft und könnt damit Fixkosten und Fehler reduzieren. Wie das Ganze abläuft, schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Den Telefon-Service könnt ihr einfach über das Partnerportal erreichen und könnt euch bei dem externen Dienstleister Teleinform kostenfrei registrieren. Ihr hinterlegt im zweiten Schritt eure Informationen, wie beispielsweise euren gewünschten Begrüßungstext. Richtet dann die Berufumleitung ein, sobald ihr auf die Baustelle fahrt und keine Anrufung annehmen könnt und könnt dann im Anschluss die Anrufnotizen im Tool einsehen. Teleinform bzw. den Telefon-Service könnt ihr 21 Tage kostenfrei testen und ihr bekommt als Bosch-Fachpartner 15% auf die Grundgebühr. Kommen wir zum letzten Tool des Bereichs Kunden gewinnen, der Installateursuche. Die Installateursuche ist im Endeffekt ein kostenfreies Listing bei uns auf der Bosch-Farm-Comfort-Seite, das man als Fachpartner gefunden wird. Endkunden können auf der Bosch-Farm-Comfort-Seite neben dem Heizungsrechner, bei dem sie ja direkt eine Anfrage stellen zu einem neuen Heizungssystem, über die Installateursuche direkt einen Kontakt zu einem Installateur suchen, indem sie ihre Adresse eingeben. Und dann zeigen wir automatisch die nächstgelegenen Bosch-Fachpartner an, die dann vom Endkunden schnell und einfach kontaktiert werden können. Um die Installateursuche zu aktivieren, geht ihr ins Partnerportal. Unter Konto, Firmenprofil scrollt ihr bis zur Bosch-Partnersuche und müsst dort einfach nur die Checkbox aktivieren. Dann seid ihr schon sichtbar als Fachpartner in der Suche. Die Installateursuche war das letzte Tool, das ich euch zeigen wollte, im Bereich Kundengewinnung. Ich hoffe, ihr konntet einiges Neues mitnehmen und seid für eure Kundengewinnung gut aufgestellt. Solltet ihr noch spezifische Fragen haben zu einem Tool oder einem Service, könnt ihr gerne auch auf euren Außendienstmitarbeiter zu gehen. Im nächsten Newsletter wird es ein Video geben zum Arbeitsschritt Kundenberaten. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Schaut rein, lasst euch inspirieren von den Tools, die wir euch dort vorstellen. Wir haben nämlich einiges in petto. Ich bedanke mich fürs Reinschauen und sage auf Wiedersehen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen und sage auf Wiedersehen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen und sage auf Wiedersehen. Ich bedanke mich fürs Reinschauen und sage auf Wiedersehen.